Lass mal auf, du kriegst wieder rein. Lauf, 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 schmeiß Flasche. Ey, ey, du F***. Yo, was geht ab, Freunde? Ich bin's wieder, Leo Mosche am Start. Und ich dachte mir, heute machen wir mal wieder ein Hammer-Prank. Und ich dachte mir, und dachte mir, und dachte mir noch immer, dass wir heute den zweiten Teil von Haarsteine-Prank machen. So, ich hab hier natürlich einen hübschen Kandidaten an der Seite. Schwenkst du kurz mal hier rüber? So, heute mach ich mal auf Friseur. So, guckst du mal an die Seite? Oh, 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 oh. Das sieht richtig schlimm aus, ey. Das sieht richtig schlimm aus. So, Freunde, wenn ihr jetzt wissen wollt, was ich jetzt vorhab, dann guckt euch das Video bis zum Ende an. Wir gehen jetzt raus zum Pranken, bis in die Leute. Come on, bist du bereit, Degang? Ich bin bereit. Sehr gut. Hab ich hier hinten, wurde mir hier einrasiert. Können Sie mal schauen? Hier ist echt so ein merkwürdiger Typ unterwegs und der rasiert einfach in meinen Kopfhaut rein. Und das geht gar nicht. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie mir vielleicht helfen können, den zu finden. Das ist so einer mit einer grauen Käppi. Oh, da ist er. Wir haben ihn jetzt, auf frischer Tat. Ich bin ein verrückter. Ich bin ein verrückter Friseur, Alter. Ich krass hier gerne in die Hinterküppel von, Mensch. Schauen Sie, darf ich mal? Nee, nee, komm. Oh, nee. Jetzt haben Sie da auch so einen Strich wie bei mir. Kommen Sie bitte, helfen Sie mir doch. Kann ich kurz eine Kippe schnoren? Nein. Eine halbe, dreiviertel? Eine ohne Filter. Lassen Sie uns den zur Polizei bringen. Der ist gerade aus der Klappe entkommen. Lassen Sie. Hä? Habe ich schön gemacht bei dir, Haare. Herr Frisur. Kollege, was machst du so? Zeitkapp, ich mache Zeitkapp. Reden wir mal ein bisschen, nicht mit Olum und so, bitte. Ich mache das. Olum, yapma, ja? Nicht, sorry. Ja, bisschen. Kollege, was soll das mitgehen? Elektrik, Olum. Elektrik, ey, oma. Elektrik, okay. Lassen Sie noch, kein Problem. Ich weiß, ich kenne dich. Du musst noch nichts. Keine Ahnung, ist mir egal. Mein Kopf ist nicht. Leum, meine Scher. Wie bitte? Leum, meine Scher. Leum, meine Scher. Hey, yo. Hey. Psst. Guck mal. Ja, aber schau mal ganz kurz. Bei mir wurde den rasiert, Digga. Wir müssen den Typen fangen. Weil vielleicht kommt der auch gleich bei dir. Schau mal ganz kurz. Guck mal hinten, ich kann das doch nicht sehen. Ich habe doch keine Augen hinter. Mach mal ein Foto ganz kurz. Bruder, das ist der, ey. Das ist der. Bruder, so ein Loch. Ich schlüsse. Ich hab chill, was chill, Alter. Hey, das war das, Alter. Geil, ey. Würdest du mich verarschen, oder? Bruder, lass den Bullen. Lass den Bullen, Alter. Die fickt den W***. Was? Wirst du durchziehen? Bruder, ey, lass den abschrechen. Lass den abschrechen, Bruder. Komm, wir beide. Komm. Wirst du durchziehen, oder was, Alter? Was, willst du durchziehen, oder was? Ich chill doch mal, Digga. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Sorry, ja, mach schon. Ich geh gerade jetzt, in diesem Moment, Alter. Ey, das... Guck mal, guck mal. Ey, fick dich, Mann. Hey! Wann ist Spaß, Digga. Du willst mich rasieren, du? Ich rasier dich jetzt. Aber du hast doch ein Messer. Nee, rasier dich. Du willst doch mich nicht echt abstechen, Alter. Nein, ich will dich nicht abstechen. Ich rasier dich. Komm in meine Nähe. Nur auf Reichweite. Ich rasier dich, Alter. In dein Gehälde komm ich doch in deine Nähe. Hopp. Hey. Hat der mich rasiert? Schauen Sie mal. Was ist denn wieder? Ich hab dir doch nur die Haare. Wieso denn? Was hab ich denn gemacht, Alter? Was hab ich denn gemacht? Alter, hau ab. Lass mal auf, du Wichser da rein. Der Wichser nimmt dich auf. Der war das, Mann. Der plant alles auf YouTube. Ich bin nur sein Läufer, ey. Schmeiß Flasche. Ey, ey, du . Sitz dich hin, sitz dich hin. Da soll ich hier schneiden? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, bitte. Hey. Ich hab echt gestimmt, Digga. Ja, Mann. Check mal Kamera, ey. Check mal Kamera. Oh mein Gott. Warte, warte. Ich mach gerade. Ich mach gerade. Wie willst du, Abi? Ich muss gerade machen. Hier, hier. Ja, okay. Hier, warte für Guila. Komm, ey, ich mach gerade. Wie willst du, Abi? 5 Millimeter. Tamam, Abi. Und sonst, Schoki Sel, wie geht's? Gut, Mann. Familie, alles. Ja. Ich muss gerade machen, ja? Okay. Ja. Pronto, du bello. Istanele, mucho. Bulgaria, se la gruccio. Und Augenbrau, no? Ja. 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 Du musst mir 10 Euro gehen. Wo ist mein Papa? Ja, wo ist mein, ja? Weißt du was? Gehst du bei der Frisur, machst du ordentlich, okay? Danke schön, jeder. Schönen guten, Bruder, aber kein Problem, oder? Hast du endlich wieder die Frisur? So, Freunde, das war's mit dem ersten Video von meinem Masterplan. Alter, zieht euch das mal jetzt rein! Ich bin jetzt 3 Monate jeden Tag aktiv. Vielen Dank nochmal für die 200- Ey, ihr habt einfach in 1,5 Tagen 225.000 Daumen hoch erreicht. Ihr seid so krank! Dank auch jeweils aber dafür. Wenn ihr mehr Street Pranks sehen wollt, dann gebt mal diesem Video einen Daumen hoch und eskaliert einfach mal richtig den Like-Button, damit ich weiß, Alter, ihr wollt richtig viele Street Pranks. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, danke für alles. Wir sehen uns morgen und wir sehen uns jeden Tag in den nächsten drei Monaten. Peace out und ciao.